Gute Nacht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir fühlen uns wie auf der Wolke. In dieser luftigen Bettwäsche kann man besonders schön träumen. Vom Frühling, zum Beispiel. Oder von den Preisen. Die sind einmalig für die Schweizer Spitzenqualität. Aber jetzt vom Himmel zurück ins Studio. Und da sind wir wieder. Schöne ist nämlich, dass es die himmlische Bettwäsche zu diesen traumhaften Preisen wirklich gibt. Bei GOP. So eine GOP Bettgarnitur, die besteht aus zwei särtigen Küsse und einem Deckenanzug in der gewohnten Masse. Und es gibt sie in verschiedenen Farbkombinationen. Und in einer erstklassigen Qualität, nämlich reine Baumwolle. Und bei GOP, da gibt es natürlich auch die praktischen Fixbetttücher. Und zwar aus Frotte-Stretch. Die Fixbetttücher, die haben ja den Vorteil, dass sie immer straff und faltenfrei bleiben. Und dass man sie auch nicht bügeln muss. Die Betttücher, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Die Bettwäsche gibt es jetzt bei GOP zu Traumpreisen. Und zwar überall, wo die Plakate hängen. Und wie gesagt, in einer Schweizer Spitzenqualität. Waschbar bis 60 Grad. Und das hilft Ihnen auch Energie sparen, denn bis 60 Grad brauchen Sie rund die Hälfte von Strom, wie bei einem normalen Kochwäschgang. Und GOP bietet Ihnen die bekanntesten Margenwäschmittel. Mit diesen können Sie nämlich auch bei unteren oder bei mittleren Temperaturen hervorragende Wäschresultate erzielen. Zum Beispiel mit dem MAGA, das ist ein Bund- und Vorwäschmittel von 30 bis 60 Grad. Oder dann das TEDYMAT, das ist ein Vollwäschmittel von 40 bis 95 Grad. Sie sehen, bei GOP können Sie alles über für einen richtigen, guten Wäschtag. Wie die weich pflegenden Gewebeverrädler, das TEDYDUS. Das Viehwäschmittel Doranda, flüssig, ohne Phosphat. Oder das Express, super praktisch für unterwegs. Und zum Entflecken vor dem Wäschchen, da gibt es bei GOP das ESVACOL und als Bleich- und Entfleckungsmittel das bekannte ENKA. Sie sehen, bei GOP ist für Ihren Wäschtag gut vorgesorgt. So, das wäre es für heute gewesen. Wir danken Ihnen für das Zuschauen. Bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Aber achten Sie jetzt noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Sie wissen ja, es lohnt sich. Die Bettwäsche, die wir Ihnen gerade gezeigt haben, gibt es bei GOP besonders günstig. Die Bettgarnitur, zwei Pfulmen und ein Deckbettüberzug, nur 29 Franken. Und das Fixlinntuch, nur 20 Franken. Und bis zum nächsten Dienstag, ein Kilo Glas ausländischer Bienenhonig, Flora Miel, statt 5, nur 4,20. Zwei Schachteln Doppelramkäse, Gerber Gala, statt 2,70, nur 2,20. Eine Kilo Dose Davamalt, statt 8,40, nur 7,40. Und eine Kilo Dose Sushar Express, für nur 6,70 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, zwei Flaschen GOP Sonnenblumenöl, statt 6,80, nur 5,80. Eine Flasche GOP Himbeersirup für 3,20 und das Depot. Auf Wiedersehen.